Da vorne ist ein Mann. Sein Name ist Bronzibild. Er steht hier einfach nur rum. Warum? Böööö. Wie? Ein Zombie! Ja, willkommen zu den neuen Folge TT, aber Bronzibild, warum stehst du die ganze Zeit hier nur rum? Oh, warte auf dem Desktop, Mann. Eine brandneue Map hier, Ladies Gentlemen, bei den neuen Folge Trouble in Terrorist Town, Tobi mit dem Bronzi und dem PZ. Ey, die Map ist ja mal geil, ey. Sag mal, Moment, ist das nicht von... Ey, sieht aus wie bei Gun Home, die Map, so ein bisschen. Das ist voll der Assi. Der Bronzibild. So geil. Er guckte durchs Fenster, so ganz drucken, so weißt du? Nein, das ist keiner. Der wird nur noch rein, Bronzibild. Wer war das? Dennis, was du hast gerade? Guck mal rein, Bronzibild. Dennis. Hallo. Dennis. Nein, der Bronz hat dich von aus. Dennis macht die ganze Zeit die Tür wieder zu. Lass mich rein. Jetzt Tobi hat der Part mir geschossen. Wolltest du da schön den Dennis wegschnitzeln, ne? Ja, klar. Ich hab nur noch 80, aber egal. Ja, ja. Komm, ich hab auch nur noch 80. Würstchen hier, ne? Hau ab, ey. Ey, 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 ey. Was bist du eigentlich für eine Currywurst? Eine Inferno oder eine Normale, oder? Boah, eine Inferno, da hätte ich jetzt Bock drauf. Boah, geil, oder? Sind sie Zeuge Jehovas? Müssen wir noch mal irgendwann machen. Wir kaufen nix. Aber nicht morgens. Mein Enkel hat gesagt, sie hat die Tür für fremde Leute nicht aufmachen. Kann man die auch kaputt schießen? Ne, kann man nicht. Kommen sie rein, Junge her. Ne, ne, ich mach das nicht. Wir sind doch eine fröhliche Familie. Na ja, fröhlich. Guck mal hier. So ne Waffe kommt durch die Tür. Wollt ihr, und zieht's denn auf mich? Wollt ihr, Mann? Ey, 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 ey. Kann nicht durchs Fenster springen. Ich glaub der Dennis, der will irgendwie hier, keine Ahnung was, ey. Na komm mal rein, Bronze. Ich mach mal Essen für uns, ne? Ja, mach mal. Da wurde jemand mit dem Baby getötet. Der Bronze hatte Babynand. Der Bronze hatte Babynand. Der Bronze hatte die Babypersonen. Alter, was ist das denn hier? Guck mal, guck mal hier. Wir sind immer noch draußen, Curry. Bronze, ich hab's genau gesehen. Komm, du kannst es knicken, Alter. Du kannst sowas von knicken, Mann. Ist Tobi noch am Leben? Ha! Curry! Alter! Ich dachte, du wärst Bronze. Siehst du aus? Siehst du aus wie Bronze? Bronze ist es, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Ja, ich hab's Baby gehört. Ja, ich hab's Baby gehört. Ja. Bronze, du Ratte, Alter. Soll ich mich aus Spanisch verkommen als die Waffe damit? Ich fällt durch den Flur des Baby fliegen, ey. War Tobi tot? Irgendwann muss ich hier aufmachen. Tobi, ich war die ganze Zeit Spectator. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, jetzt auch der offizielle Tobi dabei. Der offizielle Tobi! Ah! Was machst du da, Partei? Ne, ich bin grad eskaliert. Aber es ist vorbei. Es war meine zwei Sekunden. Kennst du das ja. Okay. Sollen wir uns wieder beruhigen, Patrick? Ja. Wir zwei, ja? Okay, gut. Dann sind wir wieder ganz normale, ganz ruhige Herren. In einem wunderschönen Ferienhaus. Boah, hast du die fünfte Folge von Better Call Saul gesehen, Tobi? Natürlich. Boah, das war der Hammer, ey. Also die neueste jetzt von gestern hab ich heute nicht geguckt. Ne, den muss ich heute noch gucken. Ja, das ist ja die fünfte. Die muss ich dir reinziehen. Boah, muss ich auch Malte Hassan los, Mann. Was denn? Guck mal, der sitzt da so voll verstörend, ey. Wer? Patrick? Im ersten Stock, der Typ da? Ja. Oh, da ist jemand gestorben. Den hier durch. Dennis? Dennis hat jemanden getötet. Bronze? Ich bin hier oben bei diesem. Bronze im Fernsehen. Patrick? Gut. Der Patrick ist tot. Irgendeiner hat Patrick getötet. Nein, never. Nein, das hat Patrick getötet. Guck mal, guck mal da rein, Alter. Guck mal. Der hat den Patrick nicht getötet. Dennis bleibt jetzt drin, ey. Hey. Und? Hast du mich eingesperrt, Alter? Hallo. Curry? Was machst du denn her, Mann? Hallo. Curry, die haben mich eingesperrt, Alter. Wie gesagt, der Dennis hat den Patrick getötet. Nein, Curry, die haben mich eingesperrt. Komm mal hier rein, Curry. Ja, komm ich da rein jetzt zu dir. In die Mordkammer, oder was? Ich hab alles im Griff, Alter. Ich geh Patrick suchen, ey. Ich geh Patrick suchen, ey. Okay, Mann. Okay, lass mich durch. Pass auf dich auf, Bro, ey. Lass mich raus, Bronze. Ich bin hier drin, Mann. Nein, Mann, da drüben. Komm keiner da raus, Alter. Lass mich mal hier rein, Mann. Wo ist Patrick, ey? Ey, bist du mit Feuer? Was macht ihr denn da? Das ist, glaube ich, Curry, Mann. Wir laufen hier die ganze Zeit im Kreis. Und kam der Curry her? Ich kam durchs Fenster. Ohne Schwitz. Ohne Schwitz. Ohne Schwitz. Alter, geil, Mann. Hallo, Tobi. Boah, was war das denn da? Hä? Alter, ich bin in dir, Mann. Warte, Curry, nix machen. Bis jetzt noch nicht. Wie nix machen? Komm. Ähm, Alter. Warte, 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 nix machen. Oh, sorry. Warte. Habt ihr ne Disco? Kommt hier mal ne Disco? Ich hab einen. Alter. Alter. Wir teilen uns, Dennis. Wir teilen uns. Boah. Nein. Es hat nicht funktioniert. Scheiße, Curry. Ey, Alter. Guck mal, Curry. Dennis ist, also Dennis ist jetzt schon der Zweiter, den du gekillt hast. Ich hab den Patrick nicht getötet. Wo ist der Patrick denn? Ich musste den Curry töten, weil der auf mich drauf hing. Ja, Dennis, genau. Richter Bronze, wir wollen wir verfahren. Bronze. Ey, ich glaube, ich hab gerade Patrick da gesehen. Guck mal, der Patrick ist hier in den Raum, Mann. Pass mal auf, ey. Ich geh da ganz bestimmt nicht rein, ey. Warum? Ich geh auch hier hin, wenn du willst. Ich weiß, dass du mich gleich töten. Ja, ja, Dennis, komm, Alter. Dennis, ey, was ist denn los mit dir? So, jetzt ist Bronze wahrscheinlich auch noch Traitor, ne? Nein, Mann. Patrick ist hier noch. Patrick ist hier noch. Ich hab ihn 100 pro gerade hier am Fenster gesehen. Patrick macht einen auf The Ring, Alter. Vielleicht kommt der mit den langen, schwarzen Haaren. Und mit seinem Haaren. Patrick. Patrick Swayze. Der Patti. Wo lacht ihr denn so müde? Wie ist der da? Der macht doch schon so wieder irgendein Scheiß gerade. Hä, ich hör irgendwas, Alter. Hörst du das auch, unten? Nee, ich komm mal runter. Alter. Sehr geil, Bronze, ey. Richtiger Spieler. Tobi, was hast du gedacht in dem Moment? Mensch. Ja, Mann, das ist auch so geil. Wie der, wie der Tobi so groß und von einem kleinen Brot sich jetzt auch. Mit einem kleinen Messer, so zack, zack. Aber Tobi, soll ich dir was sagen? Sauber. Du standest ja da so, Tobi, ne? Ich hab doch Patrick auf der Liste noch gesehen. Ich hab die ganze Zeit so fein gemacht. Nee, das war der erste, der tot war. Wer hat mich getötet. Aber ich nicht. Ich war das nicht. Ich hab mich nicht getötet. Bronze. Aber gut gemacht, Bronze. Aber das war so geil, Alter. Ich wollte gestern die Falle machen, ey. Und der Curry und ich, ich hab dann die Falle gemacht. Und der Curry und ich sind dann auch mal runter die Treppen runtergerutschen. Ey, warte mal, warte mal. Wie ist Patrick gestorben? Sie haben sich für Zwillinge. Ich hätte mich beinahe selber hochgebracht, Alter. Ich dachte, du wärst das gewesen. Wie bist du denn gestorben, Patrick? Ich hab dich nicht getötet. Oh, geil. Aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann hat Dennis sich doch getötet, ey. Oder war das eine Traitorfalle sogar? War das eine Traitorfalle? Ja, ich hab manchmal auf diese Traitorfalle immer rumgeklickt. Was passiert ist? Ich weiß es wirklich. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist seltsam. Irgendwann sind wir einfach in die Treppe runtergerutscht. Wow. Nein. Ich bin immer in der Küche was essen, ne? Oh, Leute. Ich bin heute echt wieder dumm, ne? Wieso? Weil ich grad wieder Scheiße baue hier, Mann. Oh, ich bin hier runtergefallen, ne? Ja, ich bin da wirklich runtergefallen. Mhm. Aber ich hätt so gern grad das Gesicht vom Tobi einfach gesehen, ey. Ich war einfach nur verwirrt irgendwie, weil auf einmal so ein Bronz um die Ecke gelaufen war. So ein kleiner Bronz um mir, ey. Joala. Bronz, mach mal kurz eine Eskalation. Kleine Wienmesser. Ne, Dennis. Warum kommst du immer wieder zu mir? Ich mach das extra. Ihr würd nicht telefonieren. Du kommst immer wieder zu mir und wenn ich mich da umdrehe, rennt's wieder weg. Eskalation, Bronz. Hallo. Patrick war im Traitor-Shop. Ach, Patrick. Ist echt, oder was? Dann müssen wir nochmal üben. Ja. Er stand mit dem Gesicht zur Wand und hat sich nicht bewegt. Alter, wer hat mich eingesperrt? Hier guck, hier ist der Beweis. Hier ist der Beweis. Möchte niemand den Beweis sehen? Was machst du denn da, Alter? Tobi, warte mal. Denn? Geh weg. Komm her. Dennis, komm her. Geh weg, Tobi. Geh weg, Dennis. Geh weg. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Alter. Hä? Habt ihr euch jetzt gegenseitig beide gleichzeitig gekillt, oder was? Was denn, Tobi, Alter? Bist du tot, Tobi? Ne, ich hab gewonnen. Aber ich bin auch tot. Ja, aber Dennis war zuerst tot. Ja, ja. Dennis war zuerst gestorben. Dennis war zuerst gestorben. Dennis du Penis, ey. Wer hat mich denn getötet? Ich hab den Bronzer getötet. Ich wurde von irgendwas weggespendet. Ja, hört doch mal zu. Ich war gar nicht immun drin. Ich hab alle aktiviert. Darum stand ich da hinten auch an der Wand. Sooo. Entschuldigung, Patrick. Ich komm da um die Ecke, aber ich stehe da Patrick zu gucken. Ich die ganze Zeit so. Piep, piep, piep. Ja, das war dann ein random kill. Ja, eigentlich schon, aber. Ja, das war ein random kill. RANDEM. RENDEM DEM 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 DEM. Was soll denn der Scheiß, Dennis, man? Kennt ihr noch diesen Crazy Frog von früher? Oh Gott. Alter, Java. Ne, wie hieß denn? Jamba hieß das. Jamba, Sparabo, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Ja, weißt du lieber die Deathmatch? Hallo, Dennis. Ich bin Dennis. Ey, ich bin echt kein Traitor heute. Leute, wart ihr schon mal in diesem Truck drin? So scheiße. Tobi. Dennis. Ich komm hier nicht raus. Wie kommt ihr denn hier raus? Aus der Tür am besten. Aus dem Truck. Ich bin in diesem. Ne, hier sind Kameras und alles. Ich beobachte euch gerade. So, Patrick. Alter, wie geil. Ich bin auch zu dir in den Truck. Guck mal, Dennis. Ja, du kannst die auch hier mit den Knöpfen da steuern. Deine Perspektiven. Cool, Alter. Ja, aber danke. Darf ich das auch mal machen? Geh mal weg. Nein. Da ist C4 drin. Vorsicht, Patrick. Ja, von mir hin. Nein, das ist immer. Das blieb schon die ganze Zeit so. Ja, Curry. Woher warst du das? Alter. Der ist gestorben. Was ist das denn? Hä? 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 Wo war das? Was soll denn? Was soll denn? Was soll denn? War das denn? Ich hab keine Ahnung, oder? Wer ist jetzt hier tot? Tobi ist gerade gestorben, glaube ich. Ich verstehe die ganzen Fallen auch nicht so ganz hier, ne? Warum lachst du denn jetzt, Alter? Weil der Tobi in so einem Erdboden verschluckt ist. Wo das denn, Alter? Vom Erdboden verschluckt? Was? Der ist einfach weg, der Tobi. Der stand hier. Und auf einmal ist... Was? Aber Tobi, das kannst du nicht machen. Ach, hier? Ey, 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 ey. Ronze, was war das? Ja, was denn? Hier war ne Falle. Hier war ne Falltür. Ich hab das gesehen gerade. Ich hab grad hier auf Dennis geguckt. Ich kann nicht mehr, Alter. Wie geil. Wurde Tobi einfach vom Boden verschluckt. Ja, Tobi ist jetzt tot. Lass mich mal gucken, wer den Tobi getötet hat. Was ist das denn? Da, guck schon wieder. Granate gerade rausgeschmissen, Idiot. Hast du gesehen? Ey, Curry, ohne Scheiß. Dennis hat nämlich schon wieder die Falle aktiviert. Hör mir da zu! Alter, ohne Scheiß. Ja, Patrick, ich stand die ganze Zeit hier und er sich nicht bewegt, Leute. Ja, weil ich die Granate rausgeschmissen hab. Da hinten redet es übrigens auch. So was von, Alter. Ist natürlich die Rügenbarone, ne? Dennis ist 100 pro. 100 pro. Du wolltest einmal den Bon zu töten und einmal den Patrick. Nein! Doch! Beim Tobi hast du es auch schon geschafft. Deswegen weißt du auch, du als einziger, was mit ihm passiert ist. Ich schau jetzt ja, ey. Bist du doof, oder was? Und deswegen lachst du auch. Ja, ich glaub, weil ich das so lustig fand. Oh ne, auch Leute, jetzt steck ich hier fest. Ey, wir haben gesagt, nicht mehr so schnell schießen, alles. Ach so, der ist da reingefallen, aber das wusste keiner außer du. Hä, ich stand da direkt neben ihm. Und du hast auch am Anfang gesagt, was denn jetzt los, so? Also, ich glaub'n Curry, aber ich schieß noch nicht auf den Dennis. Ja, der Curry ist aber... Ja, irgendeiner von euch... Irgendeiner von euch ist noch Traitor. Also, tut nicht so. Da ist schon wieder jemand tot. Wer hat sich da gerade... Das war ein Fake. Wetten? Ja, äh. Ich war nämlich gerade in der Nähe. Ich glaub' hier kein Mensch mehr, Alter. Muss ja dann Dennis gewesen sein. NEIN! Was war das? Was war das denn, Alter? Curry? Curry? Curry, bist du tot? Oh, ist Curry auch noch tot, oder was? Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, Bronze. Oh nooo, Patrick, die dumme Sau. Was ist mit dir los? Schieß einfach auf mich, oder? Ich hab' mich erschrocken. Ah. Alter, wer legt da gerade ne Bombe? Keine Ahnung, ich glaub' Dennis oder so, oben. Pass auf. Mach das mal clear, hier. Ja, ich geh' raus, ich geh' raus. Reach and clear. Pass auf. Ja, ja, pass auf, pass auf. Dennis ist oben. Dennis ist oben, legt ne Bombe, pass auf. Ich mach' auf, du schießt rein, Alter. Ja, lass' mal Dennis killen, ne? Ja. Dann legt der jetzt eh nix mehr. Ja. Lol. Nein! Was war das denn? Du hast dich nicht einfach safe gekillt, Mann. Du hast dich nicht einfach eh gedrückt, dann wär' er in den Schacht reingefallen. Boah, Tobi, tut mir leid, ne? Es gab jetzt keinen Dennis mehr, oder? Boah. Tobi, einfach so plump wie in den Boden reingefallen, Tobi. Hier, hier ist das? Da ist ja überall sind da Falltüren, Mann. Wo ist Tobi denn reingefallen? Hier. Nein, hier ist eine vor dem Fenster, vor der Treppe ist eine, im Badezimmer ist auch eine. Alter, das Haus ist schon ziemlich geil. Da bin ich dann reingefallen vom Bronze. Boah, geil. Du müsst euch die vor allem alle angucken, da gibt's echt viele. Ja, das gibt's nicht. Ich bin nur am wegfallen hier. Bronze, ey. Mein bester Kill, ey, ohne Scheiß. Stumpf das einfach, wahr? No. Der Bronze, bester Mann, Patrick, du dumme Sau. Nein, echt, ey. Du dumme Sau. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich hinstellen soll. Ey, ich bin schon wieder innocent, wollt ihr mich verarschen? Okay, Curry, ich bin auch innocent. Ja, ich war in dieser Runde nicht einmal Traitor. Ich bin das. Scheiße. Oh. Tobi, bist du innocent? Natürlich. Natürlich. Kann ja nicht sein, dass da alles alle sind. Boah, stehen denn hier Fernseher auf dem Dach? Ah, Dennis. Tobi, hallo. Curry? Dennis, lauf mir nicht hinterher, Mann. Oh, Leute, das ist mein Dach. Was war das denn? Hä? Hä? War das jetzt eine Bombe, die alle getötet hat? Es skaliert den Junge wieder. Wie lasst das gekommentiert? Wir müssen noch eine Runde spielen, Mann. Das ging 15 Minuten. Ja, passiert. Du kannst jetzt noch ein Lied singen, Curry. Was war das für eine Karte, Alter? Das war noch eine längere Folge. Aber ohne Scheiß, der Bronze. Ich wollte so Bronze sagen. Bronze, guck mal, da ist ein Geheimgang. Und ich mach so die Träger voll auf. Als ich wieder ein Bucherregal, den Bronze einfach nur aufsaug. So wupp. Ich musste nochmal vor meinem Mund halten, wenn ich lachen durfte, weißt du? Und dann geh ich da oben, hier kommt der Curry mir auf einmal entgegen und sagt so, oh, Dennis. Und ich hatte voll die Träne im Gesicht zu reißen. Ich hör die lachen, ey. Voll geil. Nehmen wir die Runde jetzt noch mit? Ja, ja. Also, okay. Weil ihr es seid. Ey, was ist denn heute los, Mann? Ich war, glaub ich, in den ganzen Runden war ich jetzt zweimal Trader. Ja, aber dafür hast du manchmal dann Runden, wo du dann die ganze Zeit hintereinander Trader hast. Ja, toll. Ja. Alter, was ist das denn? Alter, ich fände ein Auto. Riverside. Ich fände wieder Trader. Ah, Riverside. Unpossibility. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja jetzt schon die... Alter. Mann, ich bin noch nicht mehr auf der Karte. Boah, ist die geil, die Map. Bin auch nicht da. Jetzt haben wir auch da. Guck mal, hier kannst du picknicken. Und schwimmen gehen. Wie high ist seit 1, Alter. Alter, das Auto hupt sogar. Ne, krass. Ja, wenn man auf der Straße steht, Dennis. Dennis. Das war jetzt wieder zu viel des Guten. Wolltest du gerade den Wald hier zerstören? Ja. Was ist denn hier los? Patrick. Nein. Wie heißt Wald nochmal auf Englisch? Forest. Kennst du diesen Typen, der damals so ein Lied dazu gemacht hat? Ich hab's wieder verdrängt. Man kann die Tür nicht aufmachen, Leute. Forest. A Park by TF Flippy. T-T-T-Flippy. War schon krass aber, was die für geile Mä... Äh? Was die für geile Mä... Wenn ich jetzt keinen Trailer bin, ne? Dann raste ich aus. Oh, TTT ist abgestürzt. Oh, ne, Bronze. Du, Alter. Oh, ne. Komm Waffen raus. Ja, du kommst wieder rein, ne? Bronze? Was denn hier, Alter? Achso, hä? Warum liegt hier ne Tasche? Da! Ich hab Schüsse gehört. Warum liegt hier Stroh? Ich hab Schüsse gehört. Der Tobi ist noch nicht da. Der kommt jetzt im Moment. Ja, wir sind nur zu dritt. Hä? Wie klein ist denn die Map? So klein wie dein P. Woah! Das weißt du ja gar nicht. Da kam ein Auto, Leute. Okay, so klein ist die Map gar nicht. So ein Lappen bist du geworden. Ich bin auch rausgekommen. Das sagt er schon, wenn er tot ist.